Ich habe schon viel erlebt vorher, aber in dieser Praxis da freue ich mich immer drauf, wenn ich wieder herkommen kann. Es ist immer total locker und angenehm, die Atmosphäre, und ich traue mir jetzt wieder lächeln, das was zuvor überhaupt nicht mehr gewesen ist. Ich arbeite mit den besten Zahnen, muss ich sagen. Das ist wirklich eine tolle Sache. Ich kann nur empfehlen, alle anderen, die solche Probleme gehabt haben wie. Ja, der Stefan Wilsen, da spürt man die Begeisterung. Er ist wirklich mit Leib und Seele Zahnarzt Profi von A bis Z. Der Zahnarzt mit Herz, also er ist mit vollem Herzblut dabei, Zahnarzt mit Musik und der Wohlfühlzahnarzt ist er für mich. Ich bin Stefan Wilsen, willkommen in meiner Welt. Ich freue mich, wenn ich da herkomme. Da hat man keine Angst vor Schmerzen. Das gibt es da nicht. Das gibt es einfach da nicht. Man braucht wirklich keine Angst zum Zahnarzt zu haben. Nicht, wenn man doch der Wilsen ist. Also man behandelt nicht nur die Zähne, sondern die Herzen der Menschen. Das ist der überhaupt erste Schritt auf der Vertrauensbrücke zu meinem Patienten. Eine schmerzfreie Behandlung. Und es ist heute technologisch absolut möglich, jede Behandlung über die gesamte Dauer schmerzfrei zu gestalten. Das gesamte Team ist wirklich ein Gesamtkonzept, das ineinander greift und miteinander harmoniert und miteinander sich ergänzt. Also die Wilsen sind für mich einfach ein Wahnsinnsteam. Für mich heißt es ein All-in-One-Konzept. Die Zusammenführung der bestmöglichen Erfahrungswerte der Partnerkollegen, Kieferchirurgie, Kieferregulierung und Zahnmedizin, um die besten Heilungserfolge für den Patienten zu erzielen. Weil die Chancen sind natürlich weitaus größer aufgrund der Erfahrung der Kollegen. Faszinierend an der Zahnmedizin sind drei Sachen. Das erste ist, dass das Zahn-Kiefer-System eine unheimlich wichtige Rolle hat in den gesamten Stoffwechselabläufen im Körper. Das zweite, mich fasziniert technisch diese Mikrowelt, die eine andere Genauigkeit braucht als zum Beispiel andere Fächer wie Unfallchirurgie. Und ganz, ganz wichtig, du hast eine permanente, über die Jahre hinweg laufende Begleitung und Vertrauensvision mit so vielen netten Menschen. Und diese Zusammenfügung ist es für mich ein Elixier des Lebens. Der emotionalste und schönste Moment für mich ist es, wenn es mir gelingt, ihr Lächeln zur Bühne zu machen. Also der Dr. Wilson ist für mich ein außergewöhnlicher Mensch. Ich fühle mich einfach bei ihm gut aufgehoben. Abgesehen von dem, dass er sehr gut zu sein ist und wir Vertrauen gegenseitig haben, ist er ein lässiger Typ. Menschlich, kompetent, präzise. Ein Herzensmensch. Und ich bin sehr dankbar, dass ich ihn kennengelernt habe. Und ich bin sehr dankbar, dass ich ihn kennengelernt habe. ж Ski, die Emil von Friedrichsdorf und Freître SpaCE importantes begründet habe. Jetzt bin ich zum Beispiel entdeutschen.